Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das würde mir jetzt guttun Was wünschen Sie? Wollen wir nicht vielleicht hineingehen, Sir? Kommen Sie, kommen Sie Oh, das finde ich aber leichtsinnig So viel Silber in der Halle herumstehen zu lassen Was? Mein Gott, hat die Schale ein Gewicht Man soll die Menschen nicht in Versuchung führen, Sir Stellen Sie das Ding hin und verschwinden Sie Sie mögen mich nicht, wie? Wenn Sie nicht gehen, und zwar sofort, rufe ich die Polizei Das Geld können Sie sparen, Sir Schon zur Stelle Gestatten? Kriminalinspektor Robinson Ach Na ja, dann Bitte? Ja, wenn ich vielleicht ablegen darf Ja, danke Dankeschön Ach Wunderschön Wunderschön, wie Sie hier wohnen Diese großen Räume Der Blick auf den Park Ich beneide Sie um Ihr Haus Können Sie mir verraten, was Sie eigentlich hier wollen, Inspektor? Oder ist das ein Geheimnis? Bist du es schon? Ach, guten Abend, Mrs. Kempten Ich beneide Sie auch um Ihre Frau, Sir Das ist nicht meine Frau, Inspektor Oh, bitte tausendmal um Entschuldigung Na, dann beneide ich Sie umso mehr Immer diese voreiligen Schlüsse Nichts gelernt von Sherlock Holmes Meine Frau ist, sie ist nicht hier im Augenblick Ach so, ja, natürlich Was, was ist denn nur los mit mir? Ich weiß doch, dass Ihre Frau nicht hier ist im Augenblick Ja, deswegen komme ich ja gerade Sie, sie kommt wegen meiner Frau? Ja, ob ich, ob ich mich wohl ein wenig niederlassen dürfte, Sir Ich bin geschlagene 40 Minuten vor dem Haus gestanden Und habe auf Sie gewartet Meine Beine sind auch nicht mehr, was Sie, ach, was Sie mal waren Schön, schön, Sie sitzen ja schon Also, was ist mit meiner Frau? Ach, ist das eine Wohltat? Eine Wohltat, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie gut das ist, Sir Und dass jahrzehntelange Streife gehen, das hat meine Füße ruiniert Damals, in der guten alten Zeit, steckte die Motorisierung ja noch in den Kinderschulen Uh, ein schönes, antikes Getränkeschränkchen da in der Ecke Ist zwecklos Ihnen etwas anzubieten, vermute ich Ja, also bekanntlich sollen wir ja nicht trinken im Dienst Aber es fällt mir immer verteufelt schwer, die Leute vor den Kopf zu stoßen Was hätten Sie denn gerne, Inspektor? Ja, was haben Sie denn zu bieten? Wollen wir mal sehen Bei uns zu Hause ist immer Mehl in der Büchse, auf der Reis steht Hält die Flasche, auf der Cognac steht, was sie verspricht? Einen Cognac also? Ja Du auch ein Liebling? John, auch einen Schluck? Später, vielleicht Ja, danke, vielen Dank Köstlich, ganz köstlich Ach, warum bin ich nicht wohlhabend zur Welt gekommen? Oder verheiratet mit einer reichen Frau? Ich habe doch tatsächlich schon wieder Ihren Namen vergessen, Miss... Ich heiße Geraldine Lenders Meine Freunde nennen mich Jerry Ach, obwohl Sie so ein hübsches Mädchen sind Na, machen Sie sich nichts draus, Miss Die Menschen sind eben grausam Du liebe Zetis Wird ja schon dunkel Kann ich Sie nachher ein Stück mitnehmen? Miss Lenders wohnt hier Oh, tatsächlich Hier, ja, wie angenehm, wie angenehm Er spart das ewige Hin und Her Zumal Sie sich sonst auch sicher recht einsam fühlen würden Sir Miss Lenders war die Sekretärin und Gesellschafterin meiner Frau War? Ist Jetzt hören Sie mal zu, Inspektor Sie dringen bei mir ein und geben unverschämte Bemerkungen von sich Wenn Sie in amtlicher Eigenschaft hier sind, dann heraus mit der Sprache Wenn nicht, muss ich Sie ersuchen zu gehen und zwar auf der Stelle Ich dachte, ich hätte es Ihnen gesagt, Sir Erzählen Sie mir nur nicht, ich hätte die ganze Zeit hier gesessen und mit keinem Wort Ja, es handelt sich um Ihre Frau Wenn ich recht informiert bin, ist sie seit zwei Wochen spurlos verschwunden Sie sind falsch informiert, Inspektor Meine Frau ist momentan nicht da, das ist richtig Aber von spurlos verschwunden kann keine Rede sein Ach so, na Sie wissen also, wo Sie sich aufhören Aber natürlich Verflucht, verflucht und ich dachte schon, dieses Mal bekäme ich einen saftigen Brocken zwischen die Zähne Wenn sich diese Leute doch nur überlegen würden, was sie anrichten, bevor sie diese dummen, anonymen Briefe schreiben Da vergeudert man seine Zeit und macht sich bei unbescholtenen Menschen unbeliebt Sie sprachen von anonymen Briefen? Ja, so ist es mir, so ist es Also wirklich, warum schreiben die Leute diese Briefe nur Das muss Ihnen doch eine Art perverses Vergnügen bereiten Und immer suchen Sie sich die Nettesten aus Ja, ich meine, gibt es zwei erfreulichere Zeitgenossen als Sie und Mr. Krempt Nun, bitte sagen Sie es selbst Was steht in den Briefen, Inspektor? Wessen beschuldigt man mich? Machen Sie sich doch keine Gedanken, Sir Ihre Frau ist nicht spurlos verschwunden und damit hat sich die ganze Sache erledigt Ich nehme nur noch den letzten Tropfen dieses exzellenten Getränkes und schon bin ich Übrigens, was war in dem Schrankkoffer? In dem Schrankkoffer? Oh, ich halte Sie vom Abendessen ab, nicht wahr? Ich komme so gerne ins Plaudern, ich weiß Also, Sie lassen sich nicht stören und nehmen in aller Ruhe Ihr Dinner zu sich Und ich, ich sehe mir inzwischen das Semifinale im Fernsehen an Ist es dieser Knopf hier? Inspektor? Ja Was ist mit diesem Schrankkoffer? Ja, richtig, richtig, richtig Das wollte ich Sie fragen, denn angeblich Angeblich haben Sie Ihre Frau ermordet und in einen schwarzen Schrankkoffer gepackt Ist doch absurd, was sich die Leute so ausdenken Mein Gott, ein Farbfernsehapparat Also, wer hätte das gedacht? Wenn man so überlegt, noch vor ein paar Jahren war eine 48er Schwarz-Weiß-Röhre das höchste der Gefühle Ich habe meinen alten Kasten ja immer noch Faul, doch, faul! Haben Sie das gesehen? Dieser Trick gegen das Schienbein ist doch, ist doch gemein Ja, doch bitte Wie ihm das Blut runterläuft, diese Ach, diese natürlichen Farben Fantastisch, fantastische Entschuldigung, Miss Sie Sie können doch Blut sehen, oder? Ja, also Was war in dem Schrank, in dem Schrankkoffer, Sir? Wenn Sie von dem Schrankkoffer sprechen, den ich am letzten Donnerstag hier aus dem Hause geschafft habe Am 18. Ja, das ist das Datum Das war ein Koffer, der Kleider meiner Frau entfiehlt Wir lassen ein Gästezimmer richten, in dem meine Frau einen Teil ihrer Garderobe aufbewahrt Und wollen so viel wie möglich aus dem Haus haben, um den Männern die Arbeit zu erleichtern Ja, na bitte, bitte Ich habe doch gewusst, dass es eine ganz natürliche Erklärung gibt Andererseits Auch die Reaktion der Leute ist verständlich Sie sehen, dass ein schwarzer Schrankkoffer aus dem Hause geschafft wird? Schon denken Sie an eine Leiche Weil der Koffer an einen Sarg erinnert, vermutlich Ihre Frau Gemahlin muss ziemlich schwere Gewänder besitzen, nach allem, was man so hört Ja, dieser Schiedsrichter ist ja blind wie ein Hohn, wenn das kein Abseits war Sie sprachen von einem Gästezimmer, in dem wohl Miss Lenders lebt Ja, ja, Sie lassen es neu ausschalten? Ja, es ist fast fertig Ach, ich bin bestimmt Picobello geworden Also, äh, für mich würde sich ja ein Farbfernseher nicht auszahlen Ich bin ja krank zu Hause Überhaupt, Fernsehen tötet doch jedes Gespräch Haben Sie und Miss Lenders das auch schon festgestellt? Wenn es nach mir ginge... Brennt da nicht etwas an? Ach, das Filet! Mein schönes Fleisch! Oh Gott, das ist... Ach, so genau, ein reizendes Geschöpf, wirklich, wirklich ganz reizend, ganz reizend Erheblich jünger als die Frau Gemahlin, nicht wahr? Ja, ja, und als sie Ja, rührend von ihr, dass sie sie bekocht während der Abwesenheit ihrer Gattin Obwohl sie doch sicher genügend Spielgefährten in ihrem eigenen Alter hätte Na, ich wollte Sie noch etwas fragen Ja, äh, wie kann ich mit Mrs. Krempton in Verbindung treten, Sir? Ich habe befürchtet, dass Sie das fragen würden, Inspektor Und leider muss ich Ihnen sagen, ich weiß es nicht Ach, so peinlich mir das ist Sie ist bei Ihrer Mutter irgendwo in der Nähe von Newcastle Ich habe schon überall nachgesehen, aber ich kann die verfluchte Adresse einfach nicht finden Naja, wäre ja auch zu viel verlangt von einem Ehemann Das ist ja ausgerechnet die Adresse der Schwiegermutter, wie sie einen Augapfel hütet, was? Ja, ist natürlich schade Schade, dass Sie die Adresse nicht haben Da würde uns viel Mühe, Herr Spahn, na, was wir mal machen Und Sie haben von Ihrer Frau Gemahlin auch nichts mehr gehört, seit sie weg ist Doch, natürlich Aber den Brief leider verloren Wenn Sie ihn sehen möchten Zeige ich Ihnen den Brief Ach du liebe Zeit, ja, das wäre wirklich sehr, sehr gütig Bitte Bitte sehr Danke, danke, Sir Danke Lieber John, ich habe mich ganz schnell entschlossen, Mutter ein paar Tage zu besuchen Bald mehr, Mary Das ist doch eine klipp und klare Auskunft Den Umschlag haben Sie nicht zufällig aufgeholt Natürlich nicht Warum auch? Nur wegen des Poststempels Der Brief ist nicht datiert, verstehen Sie? Er könnte zig Jahre alt sein Theoretisch Ja, das tut mir leid, Inspektor Das nächste Mal werde ich nicht nur den Umschlag aufheben, sondern auch den Namen und die Adresse des Briefträgers notieren Die Dienstnummer würde genügen, Sir Na, jedenfalls, solange Ihre Frau gesund und munter ist, geht sie die Polizei nichts an Ja, ich bedauere, Sie aufgehalten zu haben Ja, schon gut Wahrscheinlich komme ich Ihnen ein paar Tage noch mal vorbei für den Fall, dass Sie inzwischen eine neue Nachricht Ja, sehr schön, nach links hinüber Das ist doch furchtbar bürokratisch, ich weiß, aber wenn bei uns erstmal eine Akte angelegt ist Nun, sehen Sie, sehen Sie sich doch diesen Schuster an Meint, er kann aus dem Winkel schießen Oh Oh Irrtum meiner Sitz Ja, Sie haben den Schrankkoffer irgendwo untergestellt, Sir? Ich habe Ihnen doch gesagt, ich habe ihn aus dem Haus geschafft Ja, schon, 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 aber wohin? Jerry? Ja? Wie heißt die Spedition, die den Schrankkoffer in Aufbewahrung genommen hat? Ähm, Dixon & Co, Waterloo Road Ja, kenne ich, kenne ich, vielen Dank, danke sehr Ach, das Abendessen ist Ihnen über, wenn ich bald gegessen bin Der Inspektor ist dabei zu gehen Tja, da ich wohl weiter nichts mehr für Sie tun kann, Inspektor Haben Sie das gesehen? Mit dem Ellenbogen direkt in den Magen, also diese jungen Leute von heute Entschuldigen Sie Was denn, was denn, was denn, so wenig Sportsgeist, Sir? Ich bin zwar nur noch Zuschauer, aber es gab eine Zeit, da wollten Sie mich unbedingt in die B-Mannschaft von Arsenal haben Solange sehr zugegeben und natürlich, bevor meine Füße anfingen, Schwierigkeiten zu machen Das ist ja alles sehr interessant, Inspektor, aber Das Abendessen natürlich, verzeihen Sie, wenn ich nicht bleiben kann, Mr. Kempen, aber die Pflicht ruft, die Pflicht Der Fuß, eng geschlafen Wird schon wieder gehen Nicht unterkellert das Haus, was? Nein Dr. Krippen hat seine Frau im Keller vergraben Wissen Sie es noch? Hier geht es Ihnen aus, Inspektor Ja, also tausend Dank für den Cognac, Miss Lenders Ich hoffe, Ihr Abendessen ist noch genießbar Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Mein Mantel, der hängt hier drin Nein Oh, pardon, das ist ja die Besenkammer Ein Spaten Sie graben wohl gerne, Sir Ich habe gar nicht gewusst, dass die Häuser hier Gärten haben Stellen Sie ihn wieder an seinen Platz, Inspektor Hier ist Ihr Mantel Ja, danke Sehr, sehr freundlich Danke Danke Sagen Sie Dixon und Company war das also Ob ich es noch schaffe, bevor die schließen? Wenn Sie sich beeilen Ja, ich kann mich nicht sehr beeilen mit diesen Füßen Der Verkehr nimmt zu um diese Zeit Ja, also dann bis zum nächsten Mal Wird mir ein Vergnügen sein Äh, wollen hoffen, dass das Wetter hält Na, also, guten Abend Guten Abend Na? So Jetzt erst mal einen Drink Was hältst du davon? Ach, er hat nur einen Köder ausgeworfen In der Hoffnung, dass wir anbeißen Er weiß nichts Er kann nichts wissen Ach, da bin ich nicht so sicher Unsinn, er spielt nur Katze und Maus mit uns Aber wir werden nicht mitspielen Den Gefallen werden wir ihm nicht tun Sondern? Wir machen weiter Wie geplant Aber wir ziehen den Termin vor Auf dieses Wochenende Der mit seinen abgewirtschafteten Plattfüßen Wir werden zu schnell sein für ihn Ist noch jemand da? Was gibt's denn? Ach, hatte schon Angst Ich würde niemanden mehr vorfinden Die Arbeiter gehen um fünf Ich bin hier bis um acht Es handelt sich um einen Schrankkoffer Dann müssen Sie erst ins Büro Durch die Tür dort links Dann links Und nochmal links Ja, von dort komm ich gerade Das Büro ist bereits geschlossen Was mich nicht weiter wundert Punkt fünf Lassen Sie die alles liegen und stehen Wie die Maurer Naja Dann müssen Sie eben morgen früh Um neun wieder kommen Nee Morgen früh kann ich nicht Ich muss noch heute Abend An das Ding ran Pech, Chef Muss alles übers Büro gehen Ich bin bloß der Lagerverwalter Ja Wie heißen Sie? Arnold Ja Hier wird man nicht rauchen dürfen Oder? Rauchen? Gott, Beite Wir haben hier viel wertvolles Zeug umstehen Die Bude würde brennen wie Zunder Ich verstehe Im Büro dürfen die eigentlich auch nicht rauchen Aber Sie tun's doch Da sagt natürlich keiner ein Wort Aber wenn ich einen einzigen Zug machen würde Dann kämen Sie wie die Geier über mich her Also nicht, dass ich's tun würde Natürlich Ich habe ein hochentwickeltes Verantwortungsgift Ach Das hat also gar keinen Sinn, Ihnen eine Importe anzubieten? Was? Na ja Einmal ist keinmal weh Muss man eben aufpassen Im Büro, die rauchen ja auch Ich möchte bloß wissen, warum immer mit zweierlei Maß gemessen wird Danke schön Danke, Verbindlichste Wenn die denn schon was flüstern Wenn die mir dumm kommen Das Büro war also geschlossen Sind Sie sicher? Ja Also nicht, dass Mr. Perkins mir nachschnüffeln würde Aber der riechst auf eine Weile Wenn aller qualm Hat einen riesen Zinken Größer noch als Sie Na, dann muss er ja einen stolzen haben Darf man sich hier mal kurz niederlassen? Ah, hol dich die Küche Danke Ach, wenn ich meinen Wenn ich meinem Doktor sagen würde Wie lange ich immer Auf meinen Füßen bin Und wie viele Zigarren ich paffe Na Ihr seid ja Ihr seid ja ganz schön voll hier Kann man wohl sagen Was bei uns alles abgestellt wird Die viel haben, haben meist zu viel Sehen Sie die Stapel da drüben? Ja Das Zeug lagert schon über 30 Jahre hier Ach Weiß der Teufel, ob einer noch eine Ahnung hat Was da drin ist Also wenn ich nicht so ein ehrlicher Mensch wäre So was Brauchbares bei Na, spaßig lohnt Ich habe nachgesehen Wo werden die Eingänge neueren Datums gelagert? In den oberen Stockwerken An was wollten Sie denn? Ach, an einem Schandkoffer Hm? Aus dem wollte ich mir was rausholen Also Machen Sie mich nicht unglücklich, Chef Dazu brauchen wir einen Wisch vom Büro Ohne einen Wisch vom Büro ist überhaupt nichts zu machen Selbst wenn Sie die Königin von England wären Ah Das ist doch eins von den 19 Schilligstücken Weil ich recht sehe Ja Ja Noch eins Wie schön Naja Berücksichtigung der Tatsache, dass das Büro bereits geschlossen ist Und Sie morgen keine Zeit haben Wie war der werte Name? Krem Ah, unermomentosche Von meinem Buch Krem 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 Ich habe hier nämlich meine eigene Liste Ach, tatsächlich? Alles was reinkommt, alles was rausgeht Hier wird es eingetragen Zu sechs sind die im Büro Hatten den ganzen tariffieren fetten Hintern Aber dass die dort Listen führen wurden Er hat sich was Das darf der alte Arnold Ruhig auch noch tun Tja Wenn die so viel rauchen Können sie nicht auch noch Listen führen? Ja Rauchen Und mit den Stenotypistinnen rumknutschen Wenn Sie unsere Leistungsgesellschaft bei der Arbeit sehen wollen Dann brauchen Sie nur Ihre große Nase in unser Büro zu stecken Und die werden auch noch bezahlt dafür Das wort mir gemacht Hast du die auch noch bezahlt? Herr Mützi, Sir? Was ist? Ich meine Krem Mützi? Ja Ja Ach ja Da haben wir schon Einen Schrankkoffer Eingeliefert Am 19 Ach Ach sehen Sie doch noch mal nach Es müsste am 18 gewesen sein Oh Sollte ich da einen Fehler gemacht haben? Nein, nein, nein Stimmt schon Am 19 Ein Herr hat ihn gebracht Aber nicht Sie, Herr Wenn ich mich recht erinnere Ja, richtig Dürfte mein Vetter gewesen sein Groß Schmal Dunkle Haare Jawohl, der war's Blauer Kombi-Wagen Hat mir eine halbe Krone gegeben Für Schäden Laden Na, wo haben wir ihn denn? Äh, in 2H Das wär zweiter Stock Sektion H Ich sag hier ja Alles In meinem Buch Na, ich seh schon Sie schmeißen den Laden hier Aber Aber, um Gottes Willen Ich muss doch nicht hinaufsteigen Bis in den 2. Stock Hoffe ich Nein Wir fahren im Aufzug Seidank Meine Füße danken es Ihnen Ja, danke Dankeschön So, dann gehen wir Vorsicht, Stufe Dann hier keine nicht Ihre Firma hält wohl nicht viel Von den Segnungen der Zivilisation Weil ja niemand mehr was zu tun haben soll Aber ich hab ja meine Lampe dabei Ich geh mal vor Was war denn das? Ha Sie haben doch nichts gegen Ratten, Chef Nur dann nicht Wenn es sonst nichts zu fressen gibt Also Glück zu machen gegen Ratten In so einem alten Gemäuer Nicht so schnell Arnold, nicht so schnell Meine Füße Sind schon da Sehen Sie? Sektion A Und da in der Ecke Haben Sie Ihren Koffer Das gute alte Stück Arnold Sie sind ein Genie Kommen Sie Helfen Sie Mal Komm Danke Danke Verdammt Der ist ja verschlossen Aber den Schlüssel werden Sie doch dabei haben Ja Handelt sich nur darum Denjenigen Welchen Zu finden Donnerwetter Wie viele Schlüssel Haben Sie denn da? Da erstaunen Sie was? Hier Das könnte er sein Nee Nee Ist nicht Dann vielleicht Dann der hier Das ging aber schnell So Und jetzt schauen Sie mal nicht so genau hin Arnold Warum? Weil niemand sagen kann Welche Überraschung wir erleben werden Wieso? Das ist doch Ihr Koffer Nun leuchten Sie mal ein bisschen mehr hierher Dann stellen Sie keine peinlichen Fragen Und jetzt Luft anhalten Nur alte Kleider Was haben Sie denn erwartet? Und darunter? Auch nichts Na Gott sei es gedankt Mein Mahn ist nicht der Beste Na Stellen wir ihn wieder zurück So Danke Danke Der Der ist also Am 19. eingeliefert worden Ja genau Interessant Ach Moment mal Leuchten Sie nochmal an Der Koffer ist ja rot Ja das sehe ich auch Ja das Das ist aber die falsche Farbe Meinen Listen nach nicht Ich ziehe die Korrektheit Ihrer Listen keinen Augenblick in Zweifel Arnold Na Dann kommen Sie Dann kehren wir um Ein roter Koffer Roter Koffer Bitte Kommen Sie herein Mr. Crampton Nehmen Sie Platz Danke Mr. James Tja Wir haben selten das Vergnügen Mr. Crampton Wie geht es der Frau Gemahlin? Den Umständen entsprechend Genau genommen bin ich Ihretwegen hier Ah Zigarette Danke Bitte Ich muss Ihnen sagen, dass meine Frau ihr Konto auflösen will Aber Mr. Crampton, was haben wir uns zu Schulden kommen lassen? Nichts Wir könnten nicht zufriedener sein Aber die Mutter meiner Frau ist sehr krank Meine Frau ist zur Zeit bei hier in Cornwall oben Wir fürchten, es ist nur noch eine Frage von Tagen Boah, das tut mir aber leid Meine Schwiegermutter hat einen größeren Besitz in Portugal, den meine Frau erben wird, falls Oh, das freut mich aber Da wir uns dort selbst um die Dinge kümmern müssen, werden wir so schnell wie möglich unsere Zelte hier abschlagen und nach Portugal übersiedeln Sie sind zu beneiden Meine Frau möchte ja englisches Geld mit hinübernehmen Das dürfte aber Schwierigkeiten machen, wegen der Devisenbestimmung Portugal gehört nicht zum Storling-Block Das weiß ich Darum wollen wir das Geld ja auch in bar In bar? Es gibt gewisse Mittel und Wege, Geld nicht nur durch die offiziellen Kanäle in ein fremdes Land zu schlossen Mr. Crampton, Sie können unmöglich erwarten, dass die Bank sich bereit findet, derartige Praktiken... Mr. James, die Bank soll sich zu gar nichts bereit finden Sie soll lediglich das Guthaben meiner Frau in bar zur Auszahlung bringen Das ist ja wohl nicht zu viel verlangt, oder? Wenn Mrs. Crampton das wünscht, gut, selbstverständlich Sie kennen die Höhe des Guthabens? Ja, selbstverständlich, circa 35.000 Pfund Moment, ich kann es Ihnen genau sagen Der Kontostand ist 37.850 Pfund und 89 Pence Aber sie wird doch nicht wirklich die ganze Summe in bar haben, oder? Doch Also ich kann Ihnen nur den Rat geben Naja, gut Wir brauchen natürlich ein paar Tage, um das Geld bereitzustellen Ich nehme an, Sie brauchen von meiner Frau auch eine formelle Kündigung des Kontos Ich werde ein entsprechendes Schriftstück vorbereiten lassen Das kann Sie dann unterzeichnen, wenn Sie das Geld holt Ich glaube nicht, dass Sie in der Lage sein wird, selbst nach London zu kommen Aber wenn Sie mir das Schriftstück mitgeben, werde ich die Unterschrift besorgen Mit Verlaub, Mr. Crampton Sie werden doch nicht annehmen, dass wir eine Summe in dieser Höhe einer anderen Person als dem Kontoinhaber selbst aushändigen Das Konto lautet auf den Namen Ihrer Frau Das ist mir durchaus bekannt Ich muss Mrs. Crampton also bitten, selbst zu mir zu kommen Jederzeit diese Woche Mit Ausnahme von Mittwoch Mittwoch bin ich besetzt Falls Sie Ihren Entschluss nicht doch noch ändern sollte Bin ich dann gern bereit, ihr die kleine Summe von 37.850 Pfund und 89 Pence auszuhändigen Im Bar Gleich Ach ja, ja, ich komme ja schon Ich komme schon Ja bitte Moin, mein Herzchen Ist die Mutti zu Hause? Freches Mannsbild, was wollen Sie denn? Wenn ich Ihnen sagen würde, was ich will, würden Sie erröten bis unter der Haarwurzel Also ich sage Ihnen lieber, warum ich komme Ist Mr. Crampton zu sprechen? Nein, der ist nicht da Ach, und Miss Lenders? Na auch nicht, die sind zusammen weggegangen Ach, und ich habe extra die weitere Reise gemacht Sie können gern reinkommen und warten, aber ich weiß nicht, wann Sie zurückkommen werden Sehr freundlich von Ihnen So, bitte Danke Danke Da ich die Reise und Weiblicher Schönheit nie vergesse, weiß ich bestimmt, dass ich Sie hier noch nicht gesehen habe Ich bin Ada, Ada Pilch Jeden Vormittag, Montag bis Freitag im Haus Bitte, Sie dürfen sich gern hinsetzen Danke vielmals Möchten Sie eine Tasse Tee? Was für volle, runde Arme Sie haben Ja, ja, ja Eine Tasse Tee wäre wunderbar Ach, von Ihnen muss man sich in Acht nehmen, wie? Mrs. Crampton kriegt man neuerdings kaum mehr zu Gesicht, was? Hm Was soll das bedeuten? Ja, dazu gibt es viel zu sagen, aber ich sage es lieber nicht Ach, das ist aber sehr bedauerlich Ich habe ganz gerne ein bisschen Klatsch und Tratsch Sie ist zu Ihrer Mutter gefahren, sagt er Glaubt wohl, ich bin von gestern Man unterschätzt hier wohl Ihre Intelligenz, Ada Glaubt eben, hinter einer schönen Stirn ist nicht viel Hirn Wenn Sie zu Ihrer Mutter gefahren ist, wie kommt es denn dann, dass Ihre Mutter neulich hier anrief und sie sprechen wollte? Ihre Mutter hat angerufen? Ja Ach, und Sie waren am Apparat? Die beiden waren mal wieder nicht da, ich habe gesagt, er wird zurückrufen Ich wollte mich ja da nicht einmischen Sehr klug von Ihnen, sehr klug Ich habe da so meine Theorie Ja, und die ist? Dass sie ihm davon gelaufen ist, na, das habe ich schon lange kommen sehen Ach Haben sich die ganze Zeit in den Haaren gelegen, die beiden Na, und was die sich alles an den Kopf geworfen haben und die ausdrücken Also, ich bin ja nicht auf den Mund gefallen, aber da habe ich nur was lernen können Ich bin zwar nicht neuierig, aber wenn man den Staubsauger ausschaltet und an der Wand lauscht, da versteht man jedes Wort Zumal, wenn man so wohl geformte, rosige Öhrchen hat wie Sie Oh, Entschuldigung, ich rede zu viel, ich kümmere mich lieber um den Tee Ada Sie können doch sicher Ihren hübschen kleinen Mund halten Oh, Sie Also, dann werde ich Ihnen ein süßes kleines Geheimnis anvertrauen Oh, ein Geheimnis? Oh ja Ich bin Kriminalbeamter Ist nicht wahr Inspektor Robinson Ach Ich hätte mir Ihre Schuhe ansehen sollen, dann hätte ich es gleich gewusst Auf den ersten Blick Dann hat man also die Leiche gefunden Die Leiche? Hat sich was angetan, ja? Hat ja immer gesagt, dass sie das tut eines schönen Tages Soll ich sie identifizieren? Aber wir haben noch gar keine Leiche gefunden Ach so? Wir nehmen sogar an, dass Mrs. Kempten gesund und munter ist Wir möchten nur wissen, wo sie ist Weil wir es nicht gerne haben, wenn Leute, vor allem reiche Leute, spurlos verschwinden Äh, Zucker Ja, danke Ja Vielen Dank Danke sehr Danke Wann haben Sie Mrs. Kempten zuletzt gesehen? Och, na das kann ich Ihnen genau sagen Am 17. Und am nächsten Tag, als ich kam Also am 18. Ja, am nächsten Tag, da sagte er Ich könnte mir den Rest der Woche freinehmen, weil seine Frau weggefahren wird Das war das erste Mal übrigens, dass er mir freigegeben hat Äh, ist der Tee gut so? Bestens, bestens Ach du liebe Zeit, schon so spät Ich muss ja noch das Essen machen Es stört Sie doch hoffentlich nicht, wenn ich nebenbei den Fisch putze Sie meinen, wenn Sie den armen Dinger den Bauch aufschlitzen und den Kopf abschneiden? Nee, stört mich nicht, kann nur nicht zusehen Ist sowas schlägt sich bei mir auf dem Mar Und Sie wollen Polizist sein Auch Polizisten haben ihre schwachen Stellen Och, verdammt mich Das Messer ist ja der reinste Säbel Naja, ordentliches Werkzeug muss man schon haben Also, Sie kam am nächsten Morgen und Madame war weg Ja, so ist es Naja, wir werden sicher bald wieder von ihr hören Sagen Sie, was halten Sie denn von Ihrer Gesellschafterin dieser, äh, dieser Miss Lenders? Na, wem die Gesellschaft leistet, das ist doch wohl klar, ne? Ob zwischen ihr und Mr. Kempten was ist? Also, ich will ja nichts sagen Ich sage nur, da schlafen zwei Leute im Haus am Abend Aber zu machen, habe ich nur ein Bett am Morgen Oh, Miss Lenders macht ihr Bett selbst Sie kleiner Witzbold Aber wollen Sie sich nicht mal ein bisschen umsehen Spuren sammeln, Fingerabdrücke suchen? Äh, ich habe keinen Aussuchungsbefehl Das macht doch nichts, ist doch nicht mein Haus So, das Badezimmer Teppichboden und alles, was das Herz begehrt Wie im Kilo, was? Eine versenkte Badewanne Ja, ja Ach, da würde ich jetzt gerne meine Füße reinhängen Darf ich auch mal ins Giftfränkchen schauen? Ja, bitte, wenn Sie alles wieder an seinen Platz stellen Donnerwetter Donnerwetter, das reicht ja für ein Krankenhaus Das ist alles für Mrs. Kempten Weil der kann eine ganze Apotheke leben Das war komisch Sie hat anscheinend gar nichts mitgenommen Was haben Sie denn hier in dieser Familienpackung? Schlaftabletten Zeigen Sie mal Ja, das ist die neue Packung Die habe ich ja am Tag, bevor sie fortging, noch besorgt Das reicht aber höchstens noch für eine Nacht Die war aber neu, voll bis oben Ja, nur noch zwei übrig Na, dann hat sie sich welche umgefüllt Ja, die einzig mögliche Erklärung Ada, an Ihnen ist ein Polizist verloren gegangen So, und jetzt zeige ich Ihnen noch was besonders Nettes Kommen Sie mal mit ins Schlafzimmer Ach, Sie, na los, nun kommt sie schon Na, was sagen Sie dazu? Sehr, sehr einladend In der Tat Ich nenne es die Brautsuite Ein richtiges kleines Liebesnest, was? Sie Wollen mich jedes Mal auf dumme Gedanken Also wenn ich ein bisschen jünger wäre, Inspektor Dann müssten Sie jetzt aufpassen auf Ihre Rundschuld Na, gehen wir lieber wieder hinunter, bevor die Natur sich bahnbricht Allen Hindernissen zum Trotz Ja, ich muss auch wieder zu meinen Fischen Was ist denn? Also, gerade ist mir ein schrecklicher Gedanke gekommen Sie glauben noch nicht, dass er Sie abgemurkst hat Wie kommen Sie denn darauf? Verbrechen aus Leidenschaft Na, mit unserem Fischmesser, da lässt sich schon einiges machen Ja, schon möglich, aber wir haben keinen Beweis Wir werden es mit dem finden müssen Na, und wenn er Sie in kleine Stücke geschnitten Und in den Müllfresser im Ausguss gesteckt hat Aber, ah, da Amerikanisches Patent Haben Sie sich erst vor einem Jahr einbauen lassen Zermalt und zermalmt Was man hineinsteckt und spült es weg Alles außer Bierflaschen und Konservenbüchsen Ich hab da mal eine Glasperlenkette Minus gemacht Wollen Sie nicht eine Probe aus dem Abfluss? Nein, 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 vielen Dank Der Mensch versuche die Götter nicht und versuche nimmer zu schauen Was sie gnädig verhüllen mit Nacht und mit Grauen Schließlich befände sie sich in Gesellschaft von Teeblättern und Fischköpfen Von ihren Glasperlen ganz zu schweigen Na, und ihr wollt immer so tüchtig sein, ihr Polizisten Wenn nicht das ganze Land mitgeholfen hätte, dann hättet ihr die Posträuber nie gefasst Und dann, dann habt ihr die Hälfte wieder laufen lassen Ich war in Ferien, Ada, in jeder Woche Wo ist, äh, wo ist denn das andere Schlafzimmer? Das hier entlang, bitte Ach, nicht ganz so feudal, aber meines Zuhause kann trotzdem nicht mit Na, ich hoffe eines Tages den Vergleich an Ort und Stelle anstellen zu können Das ist wohl das Zimmerchen, das, äh, kürzlich neu hergerichtet worden ist Neu hergerichtet? Na, also davon ist mir nichts bekannt Aha, na, also dann, äh, danke für die Führung Vergessen haben wir nichts oder, äh, keine dunkle Löcher, Ecken oder, oder Winkel? Nein, nein, Sie haben alles gesehen Aha, und wohin geht diese, diese Tür hier? Zum Hinter- bzw. Lieferanteneingang Na, hoffentlich ist Monsieur nicht beleidigt, weil ich den Haupteingang benutzt habe Aber anscheinend kommt er so schnell nicht zurück, was? Tja Haben Sie eine Ahnung, äh, wo ich ihn finden könnte? Ja, ich weiß nur, dass er auf die Bank wollte, aber dort müsste er schon längst fertig sein inzwischen Sie könnten es vielleicht mal bei Johnny versuchen Johnny? Das ist die kleine Bahn der Yorks Ja, 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 kenne ich, kenne ich, wo ein Käsesentwitsch ein halbes Monatsgehalt kostet Ja, dort trinken Sie oft was vor dem Essen Na, dann will ich mal meine Ersparnisse zusammenkratzen Danke, George, und der Rest ist für Sie Ich danke Ihnen Also, wie war's? Erzähl Nicht so laut Ich habe mit ihm gesprochen Und? Er war nicht sehr begeistert Ja, aber er zahlt das Geld aus Tja Du lügst, John Ich sehe dir es an Dein narrensicherer Plan funktioniert also nicht Sie zahlen das Geld nur an Mary persönlich aus Na dann Adieu, John Sei nicht albern, bleib sitzen Ich habe gern mitgespielt, solange es sich gelohnt hat Aber ohne das Geld lohnt es sich nicht mehr Ich lasse meine Sachen abholen Setz dich Hör zu Wir können trotzdem an das Geld kommen Wie denn? Du musst als Mary agieren Ihre Kleider passen dir Du könntest den schwarzen Hut mit dem Schleier aufsetzen Ja, und du bildest dir ein, damit würde ich einen Bankmann zum Narren halten, der deine Frau fast zehn Jahre gekannt hat? Soll der Mann mir achtunddreißigtausend Pfund auszahlen, nur weil ich den schwarzen Schleierhut deiner Frau trage? Vielleicht lässt du mich ausreden Sie haben einen neuen jungen Mann dort Einen Burschen namens Danet Und? Der hat Mary noch nie gesehen James ist am Mittwoch nicht da, da vertritt ihn Danet Wenn wir also am Mittwoch hingehen Witz Schon gut Wir sind eben beide ein bisschen nervös, seit dieser Kerl hinter uns her schnüffelt Aber mach dir keine Sorgen, das wird schon alles klappen Entschuldigen Sie, ist dieser Platz hier noch frei? Nein, sowas, Mr. Kempten und Miss Lenders, ach wie klein doch die Welt ist Folgen Sie uns, Inspektor? Aber ich folge, Sir, mit den Füßen, ach, ich bitte Sie, ach, eine Wohltat Mein Arzt will mich schon lange ins Krankenhaus schicken, die Venen entfernen lassen, ich mag den Gedanken nicht Man hat sie ja schließlich aus irgendeinem Grund Ach, würden Sie mir das Schildchen mit den Erdnüssen mal rüber geben? Ich habe noch nicht mal Zeit gehabt zu frühstücken Ach ja, das ist ein lauschiges kleines Plätzchen, nicht? So was war es dann? Da komme ich zum ersten Mal hierher Und schon treffe ich liebe alte Freunde Auch ein paar Erdnüsse, Miss Lenders Nein, danke Also, ich kann Ihnen nicht widerstehen So, schon was gehört? Von der teuren Entschwundenen, Sir? Von wem? Von Ihrer Frau Oh ja, ich habe von ihr gehört Ja, da fällt mir aber ein Stein vom Herzen Also, ich will es nicht verschweigen Ich habe mir nämlich ungute Gedanken gemacht Also hat sie geschrieben Sie hat angerufen Oh, angerufen Am Freitag kommt sie zurück Ah, an diesem Freitag Die liebe Lady persönlich Na, da muss ich aber vorbeikommen Und ihr meine Aufwartung machen Bitte, bitte Wenn es Ihnen Spaß macht Das darf ich Ihnen bringen, Sir Ja, also erst mal die Karte ansehen, ja? Ach, will ich es sein? Kein Wunder, dass Sie gesalzene Erdnüssen kostenlos abgeben Sagen Sie Was ist denn der billigste Trink auf Ihrer Karte? Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen, Sir Na, naja, also von ihr Von dem Von dem da Jedenfalls Ja Aber in kleinen Sehr wohl, Sir Ja Etwas muss ich Ihnen gestehen, Mr. Krenten Ich beneide Sie darum, dass Sie keine Geldsorgen haben Ach, das muss doch herrlich sein Einfach zur Bank gehen, sich die Taschen füllen zu können Wenn man blank ist Übrigens, habe ich Ihnen schon gesagt, dass ich bei Dixon & Company gewesen bin Und den Schrankkoffer in Augenschein genommen habe So Haben Sie das? Ja Na, das ist vielleicht ein Ding Ah, das ist sicher mein Trink hier Ja Wird sich wohl als Limonade entpuppen Sagen Sie Geben Sie mir gewöhnlich ein Trinkgill? Ja Dann tun Sie jetzt so Als ob Sie mich nicht kennen würden Steht Ihnen nämlich eine große Enttäuschung bevor Bitte sehr, Sir Ja Ja, danke sehr Es geht auf meine Rechnung, George Gerne, Mr. Krenten Ja, sehr, sehr freundlich von Ihnen Schade, dass ich es nicht vorher gewusst habe Ja, also, was wollte ich sagen? Sie sprachen von diesem Koffer Ah, richtig, ja Ja, richtig Der Koffer Ich weiß nicht So, was Sie mich da eingeladen haben Aber nehmen Sie es mir bitte nicht übel, wenn ich das stehen lasse Also, was ist mit dem Koffer? Ja, er ist sozusagen einen Tag zu spät eingetroffen Erst am 19 Deswegen brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen, Inspektor Ich habe ihn am 18. in meinen Kombi geladen Bin aber erst am 19. dazu gekommen, ihn bei Dixon abzuliefern Was ist daran so geheimnisvoll? Oh, wie geheimnisvoll daran ist Guter Gott Schon so spät Ja Ich muss weiter Sagen Sie, äh Ihre Frau Äh, äh, Freitag Freitag haben Sie gesagt, nicht wahr? Ja Ja, am Freitag Ja, gut, ich werde zur Stelle sein Ach, Sie werden sich sicher auch sehr freuen, Ihre Herren wiederzusehen Nicht wahr, Miss Lenders? Äh, ja Oh, mein Gedächtnis Was ich Ihnen noch sagen wollte Ja, der Koffer Äh, er hatte eine andere Farbe Wie bitte? Na, vielleicht lassen meine Augen nach Aber der Koffer, den man mir bei Dixon & Company gezeigt hat War von einer ganz anderen Farbe als derjenige, den ich am 18. zu Ihrer Haustür herauskommen sah Ist doch nicht möglich Eben, eben, eben Eben Also, ich muss wirklich zum Augenars Ja Wenn man alt ist Also, dann Auf Wiedersehen Guten Tag Wiedersehen Er weiß Bescheid Er weiß nicht Bescheid Sie ist doch die uralte Masche So zu tun, als wüssten Sie mehr, als Sie wissen Und damit den anderen zum Aufgeben zu bringen Aber mit 38.000 Pfund so gut wie in der Tasche Gebe ich nicht auf Ja, und Der Koffer Auch nur Bluff Denk doch mal nach Am 18. hat er das Haus noch gar nicht beobachtet Zu diesem Zeitpunkt kann die Polizei auf keinen Fall schon Wind bekommen haben von der Sache Ja, das ist richtig Komm Bestellen wir die Flugkarten Am Mittwochnachmittag ist alles überstanden Dann sind wir weit Weit weg von hier Erst müssen wir den Mittwochvormittag noch überstehen Darf ich Sie bitten Mr. Crampton Was kann ich für Sie tun? Ich glaube, Sie kennen meine Frau noch nicht, Mr. Denton Nein Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen Bitte sehr, nehmen Sie doch Platz Danke Sie tragen Trauer, Mrs. Crampton Meine Schwiegermutter Ein herzliches Ball Wir hatten gehofft, Mr. James sprechen zu können Er ist heute leider nicht da, Sir Er musste zu einer Vorstandssitzung Wir wollten das Geld abholen, Mr. Dennett Du meine Güte Also nur das nicht Ich verstehe nicht ganz Es war doch alles abgesprochen Das Geld werde bereit liegen Hat Mr. James uns versichert Ja, ja, es liegt im Tresor Ja, aber wo ist denn dann das Problem? Unsere Vorschriften sind in dieser Beziehung sehr streng Ich hatte leider noch nie das Vergnügen mit Ihrer Frau gemalt Mr. Dennett Meine Frau muss heute Abend nach Newcastle zurückfliegen Ja, wenn Ihnen durch einen Aufschub des Flugs bis morgen irgendwelche zusätzlichen Ausgaben entstehen, Mrs. Crampton Darf ich erklären, dass die Bank die Kosten selbstverständlich übernehmen wird Ach, ist ein faires Angebot, John Na ja, also wenn du meinst, meine Liebe Also schön, Mr. Dennett Das bringt zwar einige Unbequemlichkeiten mit sich, aber bitte Wenn Sie so sehr... Oh nein, John Die Beerdigung Ach, um Gottes Willen Ja, das hätte ich ja fast vergessen Nicht, nicht, mein Lieber, nein Nicht doch Nein, ein Aufschub ist leider ausgeschlossen, Mr. Dennett Ja, ja, ich verstehe Ich hab's Ja, bitte Geben Sie mir das Vorstandsbüro in der Zentralverwaltung Und lassen Sie Mr. James an den Apparat rufen Sagen Sie, es handele sich um eine dringende Angelegenheit Sofort, Mr. Dennett Ich glaube, damit dürfte das Problem gelöst sein Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt Ich verstehe nicht Man braucht keine halbe Stunde von hier zur Zentralverwaltung Ich bringe Sie selbst hinüber Sie, Mrs. Krempen, leisten vor Mr. James die notwendigen Unterschriften Wir fahren wieder zurück und Sie bekommen das Geld Ganz einfach, nicht wahr? Dass ich nicht gleich darauf gekommen bin Ich hab jetzt einen ziemlichen Aufwand Aber nein, meine Gnädigste Wenn ich Ihnen inzwischen doch noch ein Glas Sherry anbieten dürfte Augenblick, bitte John Nur keine Panik Wir verschwinden still und unauffällig fett War das mein Apparat? Verzeihen Sie bitte Ja, Dennett Sekretariat Vorstandsbüro, Mr. Dennett Wir können Ihnen Mr. James im Augenblick leider nicht an den Apparat rufen lassen Aber Herr Generaldirektor Fuller lässt Ihnen ausrichten Wenn Sie nicht imstande seien, ein paar Stunden ohne Mr. James auszukommen Nicht imstande Möchten Sie ihm das mitteilen? Andernfalls nimmt er an, Sie hätten die Entscheidung selbst übernommen Ja So Also gut Schönen Dank Entschuldigung, Mrs. Krempen Mr. James ist nicht zu erreichen Ich muss selbst entscheiden Ich lasse Ihnen das Geld heraufbringen So Das wäre verstaut, Mr. Krempen Vielen Dank, Mr. Dennett Und auch Ihnen, Wachtmeister, für die Nachsicht Aber das nächste Mal gibt es einen Strafzettel, Sir Ja, ich hatte das Schild wirklich nicht gesehen Mein Fehler, ich weiß Ja, schon gut, Sir Können wir, Liebling? Ja Also, dann wollen wir mal Noch einmal vielen Dank, Mr. Dennett Bitte, bitte Auf Wiedersehen, Mrs. Krempen Auf Wiedersehen, Sir Und gute Reise So, Johns Das hätten wir geschafft Aber eine Stunde haben wir damit verloren Und das Mittagessen kann ich auch abschreiben Oh, hoppa Oh, pardon Wie musste das sein? Meine armen Füße Naja Ich hätte auch Hätte auch etwas besser aufpassen können Aber ich wollte den Herren und die Damen noch erreichen Die Sie da gerade eben verabschiedet haben Es muss ein alter Freund von mir gewesen sein Mr. Krempen Nur, also bei der Dame war ich nicht ganz sicher Das war Mrs. Krempen Ach, sieh mal Ja, die hatte ich etwas älter in Erinnerung Die Dame, die bei ihm war Kam mir so bekannt vor So, na der Gang, die Figur Ja, also dann will ich mal zu meinem Wagen zurückkumpeln Und eine alte Bekanntschaft erneuern Vielen Dank Geht's? Wenn du die Tür hinter mir zumachst Ja Ich werde mich jetzt dann wieder wohlfühlen in meiner Haut Wenn wir im Flugzeug sitzen Tja So, das finde ich Willst du dir denn die vielen schönen Scheine nicht erst mal kurz ansehen? Ich will nichts wie weg von hier Okay Den Wagen lassen wir hier Bestell ein Taxi Ich mixe uns noch schnell was zu trinken Mir auch, bitte Robinson? Nicht sehr erfreut mich wiederzusehen, was? Ada hat gesagt, Sie hätten bestimmt nichts dagegen, wenn ich hier auf Sie warte Aber ich hätte mich auf meine große Nase verlassen sollen, was? Johnny Schon gut, schon gut Was wollen Sie, Inspektor? Sie haben mich ja noch gar nicht Ihrer Frau vorgestellt, Sir Och, ich bitte tausendmal um Vergebung, Miss Lenders Das sind ja Sie Da hat doch tatsächlich jemand behauptet, Sie seien Mrs. Crampton Ja, wer war das doch nur Ach, richtig Ja, die Hornbrille von der Bank Sie tragen Trauer Miss Doch nicht um Madam, hoffe ich Wo wir doch übermorgen Ihre Rückkehr erwarten Wir sind etwas in Eile Könnten Sie nicht endlich sagen, was Sie wollen, Inspektor? Ach, vielleicht würde der jungen Dame erst mal was zu trinken geben, Sir Sie sieht aus, als würde sie uns jeden Moment umkippen Liebling Also wirklich, vielleicht, dieser Cognac neulich war ja Bitte, bitte, gib ihm einen Sehr, oh ja, sehr, danke, danke, sehr, sehr aufmerksam Vielen Dank Ja, vielen Dank, Miss Ja, also, na, dann wollen wir mal auf das Wohl aller unserer Lieben trinken Wo immer Sie auch weilen mögen Ja, Prost Ja, wirklich, die Hornbrille hielt sie für Mrs. Crampton, Miss Lenders Man sollte zwar meinen, die verantwortlichen Herren kennen ihre Kunden Aber die Zeiten der Kontakte von Mensch zu Mensch sind wohl für immer vorbei Jeder ist nur noch eine Nummer Und sowas nennt man Fortschritt Ja, sagen Sie, was, äh, was haben Sie denn in diesem, in diesem Päckchen? Hände weg Au, sag mal, sag mal, wenn, ah, die haben aber ein schönes Kissen Lassen Sie die Hände weg Ach Sind Sie, sind Sie unter die Bank rüber gegangen? Keine Bewegung, Inspektor Vorsicht, Vorsicht Sir Geben Sie das Ding lieber her Keine Bewegung Haben Sie damit Ihre Frau umgebracht? Bleiben Sie, wo Sie sind, oder ich schieße Na, kommen Sie, ich bin ein alter Mann und so gebückt Also, das halte ich nicht lange durch Mein armer Rücken Trau ihm nicht, John Das ist sehr schmeichelhaft, Miss Wenn ich mich trotzdem kurz aufrichten dürfte John Au John Lassen Sie John Lassen Sie nur, Miss Kommt schon nicht mehr drauf an Ich bück mich noch mal John Langsam wird mir mein Job doch zu viel Naja, tut mir leid Wenn ich Ihnen weh getan habe, Sir Aber Jetzt wissen Sie wenigstens, warum Polizisten schwere Schuhe tragen Na, jetzt wollen wir uns erstmal das Schießeisen ansehen Das ist ja Das ist ja gar nicht geladen Und müde, wie die Feder ist Scheint die Kanone schon seit Jahren nicht mehr benutzt worden zu sein Sie haben mich zum Narren gehalten, was? Bist du verletzt schon? Na, lassen Sie nur Lassen Sie nur, Miss Er muss sich eben ein bisschen den Bauch halten Wenn auch nicht vorlachen Sagen Sie, wie viel Geld haben wir hier eigentlich? Na, schätze so 20.000 bis 30.000 Pfund, was? Und so weit sind Sie also schon gekommen Na Sie werden mich schön verfluchen von jetzt an Ah, sehen Sie, wir kriegen schon wieder ein bisschen Farbe Was wird nun geschehen mit uns? Tja, das hängt davon ab Was Sie getan haben, nicht wahr? Was wollen Sie wissen? Was ist mit Ihrer Frau? Sie ist tot Ja, das habe ich befürchtet Und wer von Ihnen hat sie umgebracht? Sie hat sich selbst umgebracht Es hat keinen Sinn, John Er glaubte ja doch nicht Und wie ist sie umgekommen? Sie hat Selbstmord begangen Sie hat Schlaftabletten genommen Jerry hat sie gefunden Ja, ich dachte erst, sie würde schlafen, aber Sie war steif und kalt Und was bringt sie darauf, dass es Selbstmord war Und nicht ein Unglücksfall und vielleicht ein Versehen? Sie hat einen Brief hinterlassen Würdest du ihn bitte holen, Jerry? Sie war hochgradig neurotisch, Inspektor Hat sich, weiß Gott, was für Dinge eingebildet Ja, zum Beispiel Dass ich dauernd irgendwelche Affären hätte Aber Sie haben ihr versichert, das sei natürlich nicht der Fall Natürlich Hier ist der Brief Danke Die Arme Was muss sie durchgemacht haben? Kein Grund, besonders stolz zu sein, wie ist sie? Und in welcher Schublade bewahren Sie die Leiche auf? Meine Frau gehörte das ganze Geld, Inspektor Ich selbst habe keinen Penny Auch dieses Haus gehörte ihr Und? In Ihrem Testament hat sie alles wohltätigen Institutionen vermacht Ich bekomme nichts Und deswegen wollten Sie Ihren Tod verheimlichen, bis Sie Ihr Konto geplündert hatten Apropos, wer hat den Empfang quittiert? Ich Aha Ich wäre sonst völlig mittellos gewesen, Inspektor Nicht mal mehr ein Dach über dem Kopf hätte ich gehabt Was haben Sie mit der Leiche gemacht? Wir haben sie nachts in einem Schrankkoffer in den Oeppinger Forst gebracht Dort habe ich sie so gut, wie es eben ging, vergraben Also einmal und nie wieder Was sicher sehr trostreich ist für Ihre nächste Frau Und um eventuelle Verdächtigungen entkräften zu können Habe ich einen zweiten Koffer mit Kleidern von meiner Frau zu Dixon und Co. geschafft Gratuliere, gratuliere Auf so eine Idee wäre ich nie gekommen Ich habe eben einfach keine Fantasie Ja, wir werden sie ausgraben müssen, das ist Ihnen noch klar Wissen Sie die Stelle noch? Ich glaube schon, es war zwar dunkel, aber ich werde sie schon wiederfinden Ach, würden Sie mir mal Ihre Hände zeigen, Sir Ach, und Sie auch, Miss Ah Danke Warum denn Handschellen? Damit Sie nicht weglaufen, während ich mein Büro anrufe Wenn Sie sich noch eine andere Geschichte ausdenken wollen, ehe wir Nummer 1 protokollieren Jetzt ist noch Zeit dazu Wieso? Ich verstehe Sie nicht, Inspektor Wie haben Sie Ihre Frau dazu gebracht, die Schlaftabletten zu schlucken? In einen Drink, Miss? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen Es könnte nämlich tatsächlich Selbstmord gewesen sein Bei Ihrem neurotischen Zustand war es sicher nicht weiter schwierig, Sie in den Tod zu treiben In bester Gentleman-Manier Warum kommen Sie mir auch immer wieder mit dieser Mordtheorie? Wussten Sie denn nicht, dass Ihre Frau sich vor Ihrem Tod noch an einen Privatdetektiv gewandt hat? Nein Sie hätte natürlich zur Polizei gehen sollen Aber Sie hat wohl befürchtet, man würde ja dort nicht glauben Sie hatte die verrückte Idee, Ihr Mann und dessen Geliebte hätten es auf Ihr Leben abgesehen Ach, das erfinden Sie doch alles nur! Meinen Sie? Jedenfalls, wenn sie zur Polizei gegangen wäre, könnte sie vielleicht noch am Leben sein Aber stattdessen ging sie zu diesem Privatdetektiv Es gibt zwar eine Menge guter Spürhunde Aber sie hatte das Pech, an einen der schlechtesten zu geraten An einen verkrachten, schäbigen alten Kerl Der sich auf dreckige kleine Scheidungsfälle spezialisiert hatte Sie hat ihn dafür bezahlt, dass er Sie Tag und Nacht bewacht und beschützt Aber weder das eine noch das andere hat der getan Und so endete sie in einem Koffer im Eppinger Forst Sie hat Selbstmord begangen, Inspektor! Ja, 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 das sagen Sie mir jetzt schon zum zehnten Mal, Sir Aber erzählen Sie das lieber den Polizisten Vielleicht glauben die Ihnen Ich werde die Herren jedenfalls verständigen, sobald ich mich abgesetzt habe Was soll denn das heißen? Sie werden doch hier sein, wenn Sie kommen Äh, das wäre nicht sehr ratsam, so wie die Dinge liegen Ja, wieso denn? Ich war leider auch nicht ganz aufrichtig zu Ihnen Ich hatte nur das Gefühl, Ihrer Frau etwas schuldig zu sein Mein verdammtes Gewissen, wissen Sie Ja, also, dann Auf Wiedersehen, Herrschaften Und vielen Dank für alles Das Geld werden Sie ja jetzt wohl nicht mehr brauchen Oder? Das Köfferchen da Ja, vielen Dank auch dafür Das werde ich gelegentlich sehr gerne retornieren Ah, schon ein Jammer, dass sie nicht zur Polizei gegangen ist Sie ist viel tüchtiger Und bei weitem nicht so teuer Das war der Krimi Aasgeier von Rodney David Wingfield In der Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1973 hörten Sie Martin Held, Lothar Blumenhagen, Petra von der Linde, Herbert Weißbach, Martin Hirte, Edith Hanke und andere Die Regie hatte Otto Düben Das war der Krimi